Willkommen beim Germanistikum. Mein Name ist Jan Philipp und heute schauen wir uns wieder Verben mit Präpositionen an. Wenn dir mein Video gefällt, gib mir bitte einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und schau auf meine Internetseite www.germanistikum.com. Verben mit Präpositionen. Wir schauen uns das Verb helfen bei plus Dativ an. Unser Beispielsatz lautet, meine Videos, helfen beim Deutsch lernen. Das Verb ist helfen. Die Präposition ist bei. Und bei wem helfen meine Videos? Beim Deutsch lernen. Deutsch lernen steht im Dativ. Was bedeutet das? Meine Videos helfen beim Deutsch lernen. Das heißt, meine Videos unterstützen dich beim Lernen. Wenn du meine Videos schaust, dann hast du Hilfe beim Lernen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was helfen bei plus Dativ bedeutet und bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit.